Janni, Moin! Moin Janni! Ja, hallo Leute, ich grüße euch und zwar haben wir hier letzte Woche auch schon verkauft. Fertiggerichte, wir sind nicht alles doof geworden. Ja, ist auch nicht so schlimm, weil wir geben das dann mal weiter für einen guten Zweck an die Tafel. Es gibt viele Bedürftige hier und da soll es auch beim guten Zweck, also bei den Leuten auch landen. Janni, ich nehme gerade ein Video auf für die Leute bei Facebook. Haben wir letzte Woche auch verkauft, ist noch haltbar die Woche, aber wir geben das schon für einen guten Zweck weg. Genau so. Alles klar Leute, wir melden uns doch mal wegen Preisabreden. Danke!